Drei Jahre vor Rentenbeginn den Rentenantrag stellen. Ist das wirklich sinnvoll? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage auf Rentenbescheid24.de bekommen. Da fragt ein Kunde an, ob er denn schon jetzt den Rentenantrag stellen sollte oder möchte. Denn er vermutet oder hat Angst, dass die Bundesregierung in die bestehenden Rechte der Rentner eingreift und hier möglicherweise Veränderungen an den gesetzlichen Renten vornimmt. Der frühestmögliche Rentenbeginn wäre bei ihm der 1.1.2026 mit Vollendung des 63. Lebensjahres. Meine Damen und Herren, also das liegt ja ganz klar auf der Hand, dass die gesetzliche Rentenversicherung einen solchen Rentenantrag zum heutigen Zeitpunkt 20. Januar 2023 zurückweisen würde. Und zwar als völlig verfrüht. Ja, also die Rentenversicherung kann ja gar nicht die Rente jetzt schon für den Termin 2026 berechnen. Das ist nämlich hier das ganz große Problem. Hier fehlen die rentenrechtlichen Zeiten einfach für drei Jahre. Also aus meiner Sicht ist das zwar denkbar, dass man einen Rentenantrag so zeitig stellt, aber letzten Endes wird die Rentenversicherung diesen Antrag als solchen tatsächlich zurückweisen. Das wird auch letzten Endes nichts bringen. Hier kann man dann auch gerne ins Klageverfahren gehen oder kann ins Widerspruch und ins Klageverfahren gehen. Das wird dann auch letzten Endes nichts bringen, weil einfach die Anspruchsvoraussetzungen für die Rente noch nicht klar sind. Deshalb, meine Damen und Herren, bitte Ruhe bewahren. Aktuell gibt es überhaupt keine gesetzlichen Bestrebungen in der Bundesregierung, an der gesetzlichen Rente irgendetwas zu ändern. Also ich kann zumindest erst mal mit Tag 20. Januar 2023 nicht erkennen, dass die Bundesregierung hier irgendetwas an den gesetzlichen Renten drehen möchte. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.